Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon X. Wir sind hier auf der Route bei der Omega-Höhle. Ich habe keine Ahnung mehr, welche das ist. Aber wir sind schon ziemlich gut vorangekommen. Wir sind im Mosaria. Hätte ich das gewusst? Hier ist ein Pokémon-Center. Da hätte Glorik gleich oben bleiben können. So was Blödes aber auch. Naja. Steckt man halt nicht drin. Hi. Gibst du mir was? Gibst du mir was? Scheinbar nicht. Die sind hier scheinbar nicht ganz großzügig. Hi. Gibst du mir Leute? Er hätte mir ein AP Plus geben können. Das hätte gut zu seiner Konversation gepasst. Guten Tag. Gibt es hier Items? Ich habe kein Pokémon, das Wangengrubbler beherrscht. Aber ein bisschen Zuneigung könnte ich auch gebrauchen. So die Free Hugs sind auch nicht mehr die, die es mal gab. Seit Corona. Das ist schön, dass sie keine Wirkung bei Geist-Pokémon zeigen. Aber dadurch kriege ich auch kein Item. Hi. Na immerhin eine TM. Ist zwar nicht die beste, aber besser als gar nichts. Ein Item. Ein Sonderbonbon. Nein. 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 Das nehme ich. In der nächsten Arena können wir Schäfer-Pokémon eh nicht einsetzen. Von daher ist es ganz gut, dass sie sich noch ein extra Level anfrisst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na, Milchgetränk brauch ich es nicht. Ich glaube, Zertrümmerer können wir jetzt auch mal langsam rausschmeißen, oder? Ich meine, wenn wir jemals wieder an einem Zertrümmerer-Felsen vorbeikommen, können wir einfach Durchbruch vergessen lassen und Zertrümmerer wieder beibringen. Das haben wir ewig und drei Tage. Na, ein schönes Dörfchen ist das. Hi. Hast du ein Item? Oh, das sieht hübsch aus. Gefällt mir. Ich glaube, hier brauchen wir gerade keinen Schutz. Hallo. Hi. Ich muss mich für Flordelis entschuldigen. Was er getan hat, ist wirklich unverzeihlich. Ich wollte dir außerdem noch von Herzen danken. Im Namen all der Pokémon und all der Menschen auf dieser Welt, deren Leben du gerettet hast. Da du Team Flair aufhalten konntest, hast du auch Flordelis gerettet. Ich wusste, dass er davon träumte, eine Welt der Schönheit zu kreieren. Vielleicht gibt es eines Tages ja wirklich so viele Pokémon und Menschen, dass die Welt, die sie beherbergt, in ihre Grenzen stößt. Wenn in einer solchen Welt auch nur ein paar ihrer Bewohner von Gier getrieben werden, bleibt dafür andere wenig übrig. Dies würde irgendwann soweit führen, dass alle Ruhstoffe aufgebraucht werden. Und zwar bis zu einem Punkt, an dem man nicht mal mehr verstehen könnte. Und dann sorgen wir einfach für den Thanos-Snap. Ich hatte gehofft, Flordelis würde sein Ego hinten anstellen und die Welt in eine Zukunft führen, in der wir uns alle gegenseitig dazu antreiben, eine neue zivilisatorische Höhen zu erreichen. Ich habe jedoch nie mit ihm darüber geredet, weswegen ich wohl auch zum Teil für die ganze Situation verantwortlich bin. Aber genug davon. Sefi, ich möchte, dass du und dein Pokémon-Team jetzt mal mit allem, was ihr auf eurer Reise gelernt habt, gegen mich angeht. Okay, kämpfen wir gegen den Professor, kein Problem. Easy peasy. Hallo, Bisaflor. Das ist sogar ein Match-Up, das wir packen können. Das dürfte eigentlich nur neutral sein, gegen uns sein. Seht ihr? Das ist ein Match-Up. Das sieht auf den ersten Blick nicht so aus, als ob wir das packen könnten, weil wir ein Gesteins-Pokémon sind und das ein Pflanzen-Pokémon sind. Aber dadurch, dass unser Zwei-Typ Drache ist und Bisaflor Zwei-Typ Gift ist, gleicht sich da einiges aus. Na, gegen Turtok sollten wir uns jetzt aber nicht unbedingt anstellen. Wobei, rein theoretisch könnten wir das sogar, weil der Drachentyp verhindert, dass die Wasser-Attacken effektiv gegen unseren Gesteins-Typen sind. Dieser Drachentyp ist verdammt praktisch. Aber da haben wir nicht mehr den mit den K.P. für. Oh Gott, ist Turtok klein. Ich denke immer, Turtok ist so riesig, aber es sieht hier so klein aus. Ah, Glurak. 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 Machen wir das, was die Gegner auch mit unserem Glurak machen. Schmeißen wir den ganz elegant ein paar Steine an den Kopf. Gesundheit. Steine an den Kopf wurden geschmissen. Großartig. Die Zeit mit deinem Team und eure gegenseitige Zuneigung hat zu einer starken Verbindung geführt. Das ist das Geheimnis eurer Stärke im Kampf. Ja, das lief doch ganz gut. Ich kann wirklich nur staunen, wie stark du doch geworden bist. Man spürt, wie sehr du und deine Pokémon, wie du deine Pokémon liebst und wie viel Vertrauen du ihnen entgegenbringst. Sehr viel. Ich habe in dieser Stadt einen Schatz versteckt. Wenn du willst, kannst du ja danach suchen. Wie dem auch sei. Ich muss dann wieder los. Ich bereite nämlich gerade eine Überraschung für euch vor. Immerhin habt ihr euch tapfer in Team Flare gestellt und ganz Carlos für den Untergang bewahrt. Schön, dass uns doch sagt, wo du... Wo es ist. Ein Hinweis, wer erinnert. Jetzt darf ich hier gleich wieder mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem Eilmrader durch die Gegend laufen. Wat nen Spaß. Ich meine, das war da oben, war ja... Dingsabumster. Hier oben war das, meine ich, irgendwo. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Oh, hier ist eine Nachricht in filigranen Lettern eingrabiert. Du, der du diese Zahlen liest. Was wohl aus dir geworden ist? Bist du zu dem geworden, der du werden wolltest? Da stellt sich natürlich die Frage, was für ein Mensch du eigentlich werden wolltest. Es wäre wunderbar, wenn dir jemand... Wenn aus dir jemand geworden ist, der mit Stolz von sich sagen kann, dass er ein Leben führt, in dem er Spaß an dem hat, was er tut. An dem Platan in der Zukunft. Dein früheres Ich, dass er davon träumt, wie seine Zukunft eines Tages so aussehen wird. Wahrscheinlich habe ich mich daran erinnert. Wer ist das jetzt, Schatz? Ich nehme es mal an. Vielleicht war auch das der Schatz. Oder war der Schatz mein Wasserfall? Das kann natürlich auch sein. Dann suche ich hier eben den ganzen Ort ab. Ist auch kein Problem. Sollte ich sagen. Hier bei den Bänken war das, glaube ich, zwischen, oder? Ein Feuerheiler. Sehr schön. Ach, hier ist noch mehr. Na dann. Guten Tag. Oh, eine Tafelwasserflasche. Nein, danke. Ich glaube auch nicht, dass das der Schatz ist. Würde ich geraten? Hier rauf? Na, wenn wir einen Barschwar hätten, könnten wir es jetzt zu einem Milotik entwickeln. Leider haben wir kein Milotik, kein Barschwar. Ach, ich mag Barschwar. Also, Milotik mag ich dann doch ein bisschen lieber. Okay, da ist Ende. Hm, Prescora. Da waren wir schon. Ist Proxy 0,4 Meter Gold? Ja, ich sage, es ist nicht. Okay. Also, nein, es ist nicht. Ja, es wiegt sieben Kilo. Das rate ich jetzt. Wow, also dafür, dass man seinen Starter so früh kriegt, kriegt man jetzt Zauberwasser. Verdammt spät. Ich meine, gestern haben wir schon Millionen andere Items, die wir zum Tragen geben könnten, die besser sind. Guten Tag. Ein Quiz. Äh, als was ist ein kleines Alget getarnt, wenn es nicht auf seine näher Gebäude stürzt? Also, Seetank? Das war leicht. Ah, Zauberwasser ist so gut. Aber Surfer auch. Ein Surfer ist nützlich. Ich meine, Zauberwasser auch, aber... Wisst ihr, ich habe gerade beschlossen, wenn wir über das Maragd spielen sollten, dann werden wir uns einen Melotik trainieren. Komme, was da wolle. Ja, ich weiß. Das Maragd ist Barsch war schwer zu fangen, aber es ist mir gerade sowas von egal. Ich habe Bock, Melotik zu trainieren. Und wir haben fast alle Generationen durch, wo es Melotik gibt. Es sei denn, wir spielen irgendein Spiel nochmal. Was will ich denn mit der Inkognito-Kraft? Ach, bewegt das man weniger, wenn Pokémon begegnet. Dann nehme ich doch lieber meinen Schutz. Aber immerhin. Was man hat, das hat man. Hier können wir nochmal surfen. Vielleicht ist hier noch ein Item. Ja, ich schätze, man soll da eigentlich hoch. Hat sich schon wieder erledigt. Warum ist Kaskade mal die TM, die man zuletzt kriegt? Ich hasse das. Guten Tag. Ich wollte mich ja nicht gleich hinsetzen. Ist da wieder mal was drin? Ich wollte mich ja nicht hinsetzen. Na, natürlich nicht. Irgendwie sind hier alle Abfall einmal leer. Da ist nicht mal ein Schalter drin. Hi. Route 19. Ach ja, wir haben ja keinen Schutz mehr an. Sagt das diesem Ultrigarier. Gott, das ist auch schon auf 47. Wir müssen mal langsam nachleveln. Ich meine, wir haben zwar ein paar Pokémon, die so hochgelevelt sind, aber die anderen sind so niedrig gelevelt. Die werden doch keinen Kampf überstehen. Okay, ich setze jetzt erstmal die beiden Schützer hier ein, die wir noch einmal haben. Dann sind sie wenigstens weg. Mit dir kämpfe ich. Unser Glorak hat da einen Megastein drauf. Wenn du irgendeine Gesteinsattacke gegen uns einsetzen willst. Und wenn ich das auch nur irgendwie, wenn es mir nur in der Nase zuckt, dann gibt es eine Megaentwicklung. Aber sowas von. Ach, wisst ihr was? Zeigen wir unsere Luftüberlegenheit. So. Ich finde es interessant, dass Megaglurak nie mit den Flügeln schlagen muss, um in der Luft zu bleiben. Es segelt quasi die ganze Zeit auf einer Böe, die nicht existiert. Das sind so seine mühsesten Drachenkräfte, die es so in der Luft halten. Seht ihr? Was habe ich euch gesagt? Da hat uns der Typ Wechsel jetzt echt die Haut gerettet. Ein Sprunggräze? Hey, ich wollte... Also gut. Dann du ihm zuerst. Mit deinem Panty-Mords. Oh, Queen! Es gibt Essen! So, Nummer 1. Aber zu mir, da wechsle ich lieber. Wir sind Drachen und das sind Feen-Pokemon. Und ein Wasser-Pokemon. Und wir sind ja Steins-Pokemon. Dieses Azumara ist quasi unser Endgegner. Aber so dieser andere Endgegner. Zeigt mir das Bein. Ich glaube, ein Arrow erst reicht, oder? Ja, hat gereicht. Soviel zum Thema. Wir setzen Chef-Rum eh nicht mehr so oft an. Zumindest bis zur Arena. Und so, was haben wir hier? Ein Top-Leber. Hat sich schon gelohnt. So, du da oben hast Geist-Pokemon, ne? Oh, da liegt die TM. Auf dieser TM steht mein Name drauf. Ihr werdet es nicht glauben, aber da steht mein Name drauf. Wir sind hier nur zwei Irbisse. Es ist ein größeres Irbis. Und wie wir in unserem Schild-Let's Play gelernt haben. Die Kleinen sind langsamer, die Größeren haben meine bessere Verteidigung. Die Kleinen sind schneller. Und die Großen haben eine höhere Verteidigung. Ich bin verwirrt. Ich habe mich erfolgreich selbst verwirrt. So, wie komme ich jetzt an diese TM? Von da. Wir müssen da runter. Okay, wir sind unten. Hi. So kann ich sagen, ihr macht jetzt Zoppelkampf-Power, ne? Oh, mit Taurus und Mehl-Tank. Ah, ich hätte gesagt, wir setzen Erbbeben ein. Aber da unser Angriff gerade gesenkt wurde, jetzt bleiben wir doch bei der Stärke. Und nehmen uns die Eins in unserer Brust. Na, klasse. Na bitte, geht doch. Au, au. Das war Taurus. Dann beten wir mal, dass wir gleich ganz normal angreifen können. Ah, wir sind nicht mehr verwirrt. Perfekt. Au. Und das Teil überlebt das auch noch. Ist doch nicht wahr. So. So. Soviel dazu. Guten Tag. Da dreht sie sich halt einfach weg, ne? So ein unhöfliches Mädel. Dreht sich einfach weg. Oh, ein Mommolider. Warum haben die hier alle Wasser-Pokémon? Okay, wir machen den Rückzieher. Und wie? Da muss Chef-Rolle ran. Das Level von diesem Mommolider ist gar nicht mal so schlecht. Na ja, aber wenn sie nur ein Pokémon hat, dann soll ich das auch ein bisschen höher gelevelt sein. Das macht dann schon irgendwo Sinn. Geht's hier zu meiner TM? Ich glaube, die TM war noch ein Stückchen weiter hinten, ne? Aber ich will das Album da oben holen. Ein AP Plus. Nice. Guten Tag. Hier ist eine Bäre. Ja, es sieht hier aus. Ich wäre fast zu weit gesprungen. Das wäre ein bisschen sehr ärgerlich gewesen. Eine gute Attacke. Können wir leider nicht einsetzen. Hi, ich möchte gerne kämpfen. Wäre das möglich? Nehmen wir mal ein AP. Nehmen wir mal ein AP. Gut, dass wir ein paar Beleber auf der Tasche haben. Na ja, kann Quarki wenigstens ein bisschen leveln. Sibirio werden wir wohl hinkriegen. Sibirio werden wir wohl hinkriegen. Einfach heizt das. Schon wieder abgebettet. Meine Güte. Wir sind ja richtige Abwehrwunder. So. Beleber. Unsere Uhrzeit-Exer hat es leider erwischt. Ach, ich wünsche, wir hätten eine Steinhagel-TM. Oder Steinkante. Junge, das würde abgehen. Wieso kann ich hier nicht weitergehen? Müsste ich hier nicht eigentlich... Dann eben so. Meine Güte. Ich bin da jetzt wirklich nicht wählerisch. Wenn die da unbedingt einen Felsbrocken hinmachen wollen. Bitteschön, ich muss noch einen. Tata. Und all den Aufwand nur für eine Gifttafel. So habe ich das gern. Hi. Hi. Ich wollte gerade sagen. Will der nicht kämpfen? Oder will sie nicht kämpfen? Oh, neben Olga. Lang nicht gesehen. Okay. Okay. Das hat gekitzelt. Oh, Grönk. Lecker. Ja, da hat jemand Hunger. Hm. Bacon. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ich wollte gerade sagen, was ist das, was ist so flach? Aber es ist ja ein Flunschling. Die sind ja immer so flach. Haben wir keinen Schutz mehr drauf? Das ist aber doof. Da geht's zurück. Muss ich diesen ganzen Umweg dafür gehen? Meine Güte. Ach, ja. Oh, da unten ist noch ein Item. So nah und auch so fern. Ja, unser Schutz ist, glaube ich, wirklich ausgegangen. Oh, Hallöchen, Popolchen. Jetzt gibt's die mittlerweile schon weiterentwickelt. Hm. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine klitzekleine Pause. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann holen wir uns das Item. Und kommen dann wahrscheinlich auch in die nächste Stadt für den nächsten Arena-Orden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis dahin. Und tschaui.